Leute, ich bin vor Drohne. Jetzt bin ich tot. Das Spiel macht so einen Spaß. Wow. Aha. Nuklear. Kriege ich jede Runde. Wahnsinn. Das Spiel. Hammer. Yippie. Ich denke, ihr guckt so einen zu. Dann werde ich einschlafen. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Ich hab. Kassiert. Wir sind rausgegangen, Junge. Oh mein Gott. Nein. Ehrlich? Ja. Wo bist du? Wo hier? Wo ist hier? Ja, Digga. Jawohl. Warte mal. Andere Richtung. Andere Richtung, Digga. Dreh dich um. Okay. Daher. Okay. Daher kommt. Daher. Shorty-Bomb auch wieder nur in der Ecke, Alter. Was? Was? Er holt mich auch. Dann werde ich die so abfacken, Alter. Jawohl, holen die. Die connecten alle bei euch. Warte hier. Die kommen hierhin. Warte mal. Ich mach hier voll die Ninja-Move. Wie mach ich denn das ja am besten? Boah, ich hab ne übelst geile Posi rausgefunden. Schöne mal. Da ist einer. Kingpin. Lee. Lee tot. Shorty-Bomb 1,2,3 hat ihn geholt. Eiskalt ist er. Mach du Schulti nix. Mach nen kurzen Traus. Oh, komm. Machst du dabei mit der Barret, Alter. Aber ich lösche die Leute danach immer. Oh, erst 90% abgehoben, eigentlich, ne? Ja, wahrscheinlich. Na ja, Vegas und ich sind auch nur so für Fame hier, ne? Wir werden bezahlt. Ja. Wahrscheinlich bei zwei Zuschauern oder drei bin ich natürlich extrem Fame. Ein Facebook-Post, Alter. Ja. Ich bin hier, ich bin... Du Depp. Ja, Alter. Man hat sich die Schild genommen. Wo bist du? Nein, Alter. Shorty-Bomb. Wo bist du? Hier. Wo ist hier? Da, der schießt. Ja komm, nimm Schild. Los, Smash-Attack, hinter uns, hinter uns! Da, nur ein Gegner ist, mach ich nur ein Messer. Ah, es sind zwei. Scheiße. Alter, ich bin Michelangelo, oder? Ne, ich bin Donatello. Also, ich bin Donatello, ist der coolste von denen. Ne, ich bin Leonardo. Du hast den jetzt echt mit dem Messer entfernt. Ja, lass in Ruhe, Mann! Ich krieg den! Nein! Das ganze zweite Zuschauer. Ach, fuck. Das jetzt nur der Vegas und der Neptun ist, dann kann ich sowas bringen. Boah, Leute, zweite Zuschauer. Ich bin so Fame, ey. Bitches. Neues. Neues. Der müssen aber auch ein ... Einmal noch mal auf einen Spot. Oh, jo ... Scheiße. Leute, heute im ... Halt die Fresse. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Geht ihr einfach mal nicht zuhört, ne? Was haben sie denn gesagt? Nichts? Wir haben gesagt, hau keins! EMP rausgehen! Halt die Fresse! Okay, ja, ist ja gut, Alter. Chill doch mal, sorry du Model. Was ist mit dir los? Schreit doch nicht so. Einfach mit Pumpe, sag mal, bist du in die Mille, er werde gestrickt. Scheiße oder so? Alter, wie ich grad abgehe, Junge. Ich geb den Hitmarker. Den zweiten schon! Ey, den dritten! Das ist immer dasselbe, ey. Jawoll, Jungs, komm her! Der eine spielt Overkill. Der eine Sniper von denen. Ja, aber ich bin schon grad mit dem Sniper battlen gewesen, also er kam grad um die Ecke. Hahahaha, also ich hab viel gemessert! Mann, ey, ich bin Heft der Orbit, ich weiß nicht wo die Gegner sind, ey. Den Huni überweise ich dir später, ja? Ihr zwei? Ja, aber eigentlich wurden ja 200 gesagt. Vegas, du weißt doch, ich hab heute nicht so viel, bitte. Außer du sagst noch mal ein paar Mal so, ah, du bist die Beste und die Größte. E-Mail-Support-Winch schicken, also eine E-Mail an den Support von der Division, oder man könnte anrufen. So, das fällt mir an beim Anrufen. Ach, Digga, dein Rohde ist auch kaputt. Denk ich mir so, geil, ne? Du wirst gerankt, Rohde ist kaputt. Super Sache. Weil im Stream haben manche gesagt, hey, ähm, dein Rohde, das knistert so, das hört sich dann so an ungefähr. Geil, hä? Ah, ich weiß, Alter, ich hab die richtige Sound-Kollektion. Geil, hä? Die Reine. Seine Widerstand.